Wie, Adetzkystraße, Achterstock, Dienstag 16 Uhr, Besuch im Büro von Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogl. Während im Nationalrat die Abstimmung über den Misstrauensantrag gegen Finanzminister Gernot Blümel läuft, gibt sich Kogler trotz aller Verwerfungen in der Köln. Sein Fahrrad hat er vor dem Schreibtisch geparkt, er lässt sich ein Wasser bringen, dann geht es los. Spiegel, Herr Vizekanzler, Sie sind seit gut einem Jahr Koalitionspartner der ÖVP von Kanzler Sebastian Kuh. Aber es hagelt für sie Kritik von allen Seiten, auch von ihrer eigenen Basis. Sinngemäß klingt das so, kurz gönnt Kogler keinen Punkt, die Grünen werden untergebuttert, vorgeführt. Werner Kogler, unsere Parteibasis ist im Wesentlichen eine sehr stabile Angelegenheit. Das Regierungsübereinkommen wurde von ihr mit über 90% abgesignet. Die Kritik an uns hat auch damit zu tun, dass sie großen Dinge, die gelingen, weniger impfen. Es fehlt oft der Blick aufs Gesamtergebnis. Spiegel, kann es sein, dass Ihnen und Ihrer Partei etwas fehlt, was die Kurztruppe zu haben scheint. Abgebriehtheit, Kaltblütigkeit? Weiterlesen mit Spiegel plus mehr Perspektiven, mehr Verstehen. Ihre Vorteile mit Spiegel plus Icon. Checkt der Spiegel als Magazin als App, E-Paper und auf dem E-Reader Icon. Checkt alle Artikel auf Spiegel. Exklusive Texte für Spiegel plus Leser Icon. Checkt einen Monat kostenlos. Testen jede Zeit online. Könnt bei einem Preis nur 19,99 Euro pro Monat. Jetzt für 0 Cent ausprobieren. Jetzt kaufen. Pfeil nach rechts. Sie haben bereits ein Digitalabonnement? Hier anmelden iTunes Abo. Wiederherstellen. Spiegel plus wird über Ihren iTunes Account abgewickelt. Und mit Kaufbestätigung. 24 Stunden vor Ablauf verlängert sich das Abo automatisch um einen Monat zum Preis von zurzeit 19,99 Euro. In den Einstellungen Ihres iTunes Accounts können Sie das Abo jederzeit können. Um Spiegel plus außerhalb dieser App zu nutzen, müssen Sie das Abo direkt nach dem Kauf mit einem Spiegel ID-Konto verknüpfen. Mit dem Kauf akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutz erklärt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017